Auch in der Portrait-Retusche setzt sich das RAW-Format immer mehr und mehr durch. Allerdings wird dabei der RAW-Converter meist nur für die erste Entwicklung genutzt und alle anderen Arbeitsschritte werden dann in einzelnen Aufnahmen in Photoshop weitergeführt. Dabei kann der RAW-Converter viel mehr. Lassen Sie uns anhand dieses Beispiels anschauen, wie viel der typischen Portrait-Bildbearbeitung von der ersten Bildentwicklung bis zur Retusche vom RAW-Converter abgedeckt werden kann. Natürlich startet das Ganze mit der Belichtungssteuerung und gerade bei Hauttönen werde ich mir natürlich auf jeden Fall die Lichterwarnung aktivieren und Sie sehen hier schon, dieses Bild wurde bewusst überbelichtet aufgenommen, damit man einen leichten High-Key-Effekt erzeugt. Im RAW-Converter habe ich aber bessere Möglichkeiten, das umzusetzen. Deshalb ziehe ich jetzt als erstes die Belichtung erstmal wieder runter, bis die beschnittenen Bereiche bis auf kleine Details verschwinden und helle dann die Hauttöne, also die Mitteltöne, mit dem Helligkeitsregler wieder auf. In den Spitzlichtern komme ich zwar wieder in den beschnittenen Bereich, aber es ist nicht annähernd so problematisch wie in der Ausgangssituation. Ich verstärke die High-Key-Wirkung hier nicht ganz so doll, damit ich noch mehr Hautdetails sehe und diese später als Retusche-Beispiel oder als Retusche-Aufgabe nutzen kann. Auch die Farbigkeit möchte ich steuern. Das Bild soll ja eine sehr monochromatische Wirkung haben. Deshalb werde ich mit dem Dynamikregler die Farben ein ganz klein wenig zurücksenken und das so unterstützen. Gucken wir uns mal die Vorschau an. Das war vorher. Die Lichterbeschneidung grenze ich mal aus. Und so weit bin ich jetzt. Und wir sehen, dass wir natürlich in den Augen in der jetzt dunkleren Variante durchaus etwas tun müssen und dass wir insgesamt auch die Schatten aufhellen müssen. Das mache ich mit dem Fülllichtregler. Den ziehe ich mal recht hoch, damit ich halt hier eine sehr weiche Ausarbeitung der Schatten bekomme und kann dann nachträglich die Gradation des Bildes noch anheben. Das mache ich natürlich mit den Gradationskurven und dann mit dem selektiven Werkzeug. Das heißt, ich greife genau da in den Hauttönen an, die etwas heller werden können. Das sind zum Beispiel diese Bereiche hier. Und ziehe das ein wenig mehr in die lichtere Richtung. Und gehe dann wirklich in die tiefen Details, denn nur diese sollen wieder runtergezogen werden. Nur da soll der Kontrast wieder stärker aufgebaut werden. Trotz der Schattenaufhellung sind die Augen immer noch ein wenig dunkel, aber das sind wirklich die einzigen Bereiche, die ich jetzt noch aufhellen möchte. Deshalb gehe ich jetzt in die lokalen Werkzeuge. Bei den Werkzeugen starte ich mit der Hautretusche und deshalb zoome ich mich etwas mehr an die Details heran. Und muss hier wirklich nur ein paar Kleinigkeiten retuschieren. Aber egal, ob wenige oder viel Kleinigkeiten, alles funktioniert mit dem gleichen Werkzeug, nämlich dem Bereichsreparaturwerkzeug. Mit diesem kann ich einfach einen Retusche-Modus anwählen. Dieser entspricht entweder der Reparieren-Option aus Photoshop, also dem Verhalten des Reparaturpinsels, oder einer Kopieren-Option, die dem Verhalten des Kopierstempels entsprechen würde. Ich lasse das natürlich jetzt auf Reparieren, könnte den Radius jetzt genau einstellen, das muss ich aber gar nicht, denn ich kann jetzt mit gedrückter Maustaste von der Mitte aus einfach einen Radius aufziehen, der dann kleine Pickel und ähnliche Retusche-Ziele überdeckt. Sie sehen, nach Loslassen der Maus bildet sich automatisch ein kleiner grüner Kreis, das ist der Quellkreis oder die Kopierquelle, die die Reparaturbereiche für ihre Retusche aus der Umgebung klaut. So, und so kann ich jetzt weitermachen. Ich ziehe halt immer meine Radien auf, achte darauf, dass der grüne Kreis dann aus einem glatten Hautbereich aufgenommen wird und ziehe diesen entsprechend an Positionen, wo sich dann eine bessere Retusche-Wirkung ergibt. In diesem Bild ist, wie gesagt, nicht zu viel zu reparieren. Ich möchte Sie auf eine besondere Stelle noch hinweisen, wenn Sie beispielsweise diese kleinen Leberflecke hier ein bisschen reparieren wollten, dann haben Sie die Möglichkeit, mit verringerter Deckkraft zu arbeiten. Auch wenn ich von vornherein mit höherer Deckkraft anfange, kann ich für den jetzt aktiven Pin, wie sich das Ganze nennt, die Deckkraft noch verringern und so den Leberfleck wieder ein wenig hervorarbeiten, wenn er halt auch nicht ganz so massiv wie am Anfang wirkt. Ich mache das auch mal für diesen kleinen Leberfleck hier im Lid, der aus diesem Bereich etwas bekommt und mit etwas stärkerer Wirkung korrigiert werden kann. Diese Überlagerung, die sogenannten Pins, können Sie sich über eine Option ausblenden und dann über die Vorschau das Vorher und Nachher miteinander vergleichen. Wenn Sie die Retusche fertiggestellt haben, können Sie mit den nächsten Details weitermachen. Jetzt möchte ich beispielsweise die Augen aufhellen und dann nützt es mir, wie gesagt, nichts mehr, nur in den Schatten zu arbeiten, aber im kompletten Bild. Ich muss hier wirklich selektiv arbeiten. Und dazu nutze ich den Anpassungspinsel, mit dem ich Korrekturen selektiv auftragen kann. Ich klicke einfach auf meine Hauptkorrektur. In meinem Fall ist es die Helligkeit. Ich möchte die Helligkeit in den Augen ein wenig anheben, klicke auf das Plus-Symbol. Damit wird die Helligkeit ein wenig hochgehoben und alle anderen Einstellungen genullt. Dann zoome ich mich mal wieder in meinen Arbeitsbereich rein. Und Sie sehen hier zwei Kreise. Diese zwei Kreise zeigen Ihnen die Werkzeuggröße und die dazugehörige weiche Kante an. Sie sehen das hier unten. Es gibt eine allgemeine Werkzeuggröße, die angezeigt wird, und dann eine relative weiche Kante dazu. Ich setze die jetzt mal sehr hoch und die Größe des Werkzeugs relativ klein, damit ich auf jeden Fall nicht mit Kanten arbeite. Und setze vor allem den Fluss auf unter 50, sodass ich stückweise arbeiten kann, bevor ich bei den 100 Prozent bin. Ich setze die Helligkeit ein wenig höher und kann dann ein ganz kleines bisschen hier das aufhellen. Und Sie sehen schon, dass da eine ganze Menge passiert. Deshalb setze ich die Helligkeit jetzt erstmal wieder runter, weil ich ja wirklich stückweise arbeiten möchte, zum Beispiel auf 20. Und ich kann jetzt noch mehrfach in den Bereichen arbeiten, die eine mehrfache Aufhellung vertragen können. So kann ich mit einem Pin arbeiten und trotzdem durch mehrfaches Auftragen die Wirkung in manchen Bildstellen verstärken. Schauen wir uns das mal an in der Vorschau. Das ist das, was ich bis jetzt gemacht habe. Hier kann ich durchaus die Helligkeit noch ein wenig stärker machen. Und da ich jetzt sowieso schon in dem Augenbereich bin, kann ich noch zusätzlich Korrekturen hinzufügen. Dazu gehört zum Beispiel der Klarheitsregler, um das Ganze ein wenig knackiger zu machen. Also ein bisschen mehr Detailkontrast reinzuarbeiten. Auch die Sättigung kann hier für die Augen ein wenig hochgefahren werden. Und auch das schaue ich mir mal ohne sogenannten Pin an und mit und ohne abgeschalteter Vorschau. Nach meinem Geschmack kann jetzt die Helligkeit noch ein ganz klein wenig zurückgenommen werden oder der Grundkontrast angehoben werden, damit die Tiefen da wieder zurückkommen. Und dann ist die Aufhellung, glaube ich, gelungen. Das ist eine selektive Korrektur. Ich war jetzt schon dabei, den Detailkontrast zu erhöhen. Eine andere selektive Korrektur ist natürlich eine Schärfung, die ich stattfinden lassen möchte. Wenn ich jetzt die Haare, die Augen, die Lippen schärfen möchte, dann kann ich das über eine Verstärkung der Bildschärfe machen. Ich klicke auch hier auf ein Plus, aber erst nachdem ich gesagt habe, dass ich einen neuen Pinsel, eine neue Anpassung erstellen möchte. Dann klicke ich auf Bildschärfe und weiß, ich arbeite jetzt mit erhöhter Bildschärfe. Ich mache das gleich mal ein wenig höher und aktiviere auch den Klarheitsregler, um hier gleich zu sehen, wo ich Änderungen auftrage. Ich gehe über die Haare rüber, um hier gleich den Kontrast zu verstärken und setze in diesem Fall gleich den Fluss auf 100. Ich möchte also von vornherein gleich die volle Wirkung auftragen. Ich mache das mal nur in Details und zoome mich dann wieder in das Bild weiter rein. Auch hier werden wir uns das vorher und nachher mal angucken. Sie sehen das in den Haaren schon, dass ich da die Tiefen mehr hervorgearbeitet habe, aber ein bisschen mehr Schärfe kann es auch vertragen und deshalb ziehe ich beide Regler nochmal hoch. Und eventuell kann ich mit der gleichen Einstellung auch die Augen noch nachschärfen und auch diesen Bereich noch zusätzlich schärfen. Das Gleiche mache ich für die Augenbrauen und auch für die Lippen. Blenden wir uns mal wieder die Pins aus und die Vorschau an und ab und dann sehen wir, was schon passiert ist. Gerade in den Haaren sieht man jetzt die Detailschärfe. In den Augen kommt das alles noch weiter hervor. Und jetzt möchte ich als letztes noch eine Sache machen, die eigentlich typisch ist für Porträtbildbearbeitung, die meistens mit der Scharfzeichnung parallel gemacht wird, aber an anderen Bildstellen, nämlich eine Weichzeichnung. Wenn ich die Hauttöne an bestimmten Stellen noch ein wenig weichzeichnen möchte, dann sehen Sie, für die partielle oder lokale Bearbeitung habe ich hier keinen Weichzeichnungsregler. Aber das, was ich eben in die positive Richtung gemacht habe, nämlich den Klarheitsregler, also den Detailkontrast anzuheben und die Bildschärfe, kann ich natürlich auch in die negative Richtung machen. Und dann haben Sie nichts anderes als eine Verringerung der Kontraste und damit gleichzeitig eine Weichzeichnung. Auch das mache ich mal in hohen Werten, damit ich gleich sehe, wo ich etwas auftrage. Ich zoome mich wieder in einen bestimmten Bildbereich, nämlich die Hauttöne herein, mache es noch ein bisschen größer und arbeite jetzt mit einem großen Pinsel und einer wirklich weichen Kante und male mir hier einfach nur ein paar Bildbereiche weicher, als sie sowieso sind. Hier oben in den Bereich gehe ich nochmal rein. So viel muss ich bei diesem Bild gar nicht machen. Auch hier blende ich die Vorschau an und ab und Sie sehen, ich habe nicht nur die Schärfe, die Detailschärfe weggenommen, sondern durch den Klarheitsregler habe ich das Ganze auch noch weicher gezeichnet in den Hauttönen. Wenn ich diesen jetzt wieder zurücknehmen würde, dann würde da wieder mehr Detailkontrast reinkommen. Ich setze den wieder hoch und Sie sehen, wie die tiefen Schatten aus den Hauttönen rausnehmen und ich eine ganz weiche Modulation habe. Mit diesem Bild bin ich fertig. Ich gehe mal aus diesem Werkzeug raus und schaue mir die ursprüngliche Bildversion an, also gehe auf die Bildeinstellung und Sie sehen, von wo wir kommen, einen etwas überbelichteten Bild mit Details und wir haben jetzt ein ausgeglichenes Bild mit trotzdem weichen, hellen Hauttönen, mit Detailretusche und aufhellenden und scharf gezeichneten Zonen erreicht. Damit bin ich fertig und brauche keinen weiteren Schritt in Photoshop vornehmen. Dieses Bild ist fertig. Könnt ihr jetzt auf Fertig klicken, dann habe ich nach wie vor eine RAW-Datei oder ich speichere von hier aus einen Abzug. Das heißt, ich gehe auf den Punkt Speichern, speichere zum Beispiel ein JPEG mit hoher, maximaler Qualität von 12, kann es dabei benennen, den Speicherort wählen und schon ist meine Korrektur fertig, ohne dass ich dieses Bild in zwei Bildbearbeitungsprogrammen bearbeiten musste.